Wahnsinn, wie viele Q&A's jetzt in der nächsten Zeit kommen werden. Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute gibt es ein Q&A, nämlich ein Tattoo-Q&A. Es sind viele Fragen immer wieder aufgetaucht und ich habe sie jetzt so ein bisschen gesammelt und dachte mir, ich werde euch heute einfach so ein paar Fragen beantworten. Es sind vor allem logischerweise Fragen zu mir und meinem Körper. Tattoo-technisch bin ich auch sicher nicht so ein Pro, wie ich es im Piercing-Bereich bin und demnach kommen da natürlich weniger Fragen, die spezieller eher sich um jemanden anderen drehen. Demnach, wenn euch das interessiert, werdet euch interessiert, wie viele Tattoos ich habe, wann das nächste Tattoo kommt, was noch geplant ist, dann bleibt dran. Erste Frage, ich glaube, die werde ich jetzt auch einfach fix reinnehmen in dieses Format, nämlich wie viele Tattoos hast du? Und Leute, ich kann euch das einfach nicht beantworten. Es ist halt wahnsinnig schwer. Ist mein Bein, mein Sleeve, mein Legsleeve? Ist der ein Tattoo oder sind das viele Tattoos? Also ich könnte jetzt schnell nachzählen, mehr oder weniger. Also ich habe den Rücken, wobei auch da tue ich mir schon wieder schwer. Ist das eins oder sind das viele? Ich weiß es nicht. Also ich kann euch nur sagen, ich habe das linke Bein komplett, fast komplett tätowiert. Ich habe am rechten Bein vorne den Oberschenkel und am Hintern einen Zitat und den Unterschenkel voll mit kleinem Zeug und Zitaten. Ich habe beide Füße voll, ich habe beide Handinnenflächen voll, ich habe den Rücken mehr oder weniger voll, ich habe einen Anderbub und ich habe auch an den Hüften noch so ein bisschen kleinem Zeug. Und ich habe die Finger. Und ich habe die Lippe. Ich glaube, das war es. Also ja, wie gesagt, ich kann euch die Frage so nicht so richtig beantworten. Und ich glaube, man hört auch irgendwann auf, so ein bisschen zu zählen, wenn es ineinander verschwimmt. Und das tun halt meine Tattoos mittlerweile. Wann kommt dein nächstes Tattoo und was wird es? Mein nächstes Tattoo sollte Anfang Mai kommen. Ich hoffe, 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 dass wir das hinkriegen, zwecks der momentanen Lage. Ich meine, es gibt absolut Wichtigeres, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, weil ich einfach irgendwann mal gerne fertig werden würde. Und da wird es dann Hintergrund geben und Zitate wahrscheinlich. Wir werden das Knie insofern vollenden, dass wir den Hintergrund rundherum so ein bisschen machen. Und wie gesagt, vielleicht noch das ein oder andere Zitat. Und Ende Mai ist dann der nächste Ganztagestermin und da gibt es dann was Größeres. Da freue ich mich schon sehr drauf. Kommt irgendwann mal ein Tattoosammlungsvideo. Ich tue mir halt so schwer damit. Vor allem habe ich auch einfach super viele Baustellen, die halt für mich einfach noch nicht beendet sind. Und ich denke mir dann so, soll ich wirklich jetzt schon ein Tattoosammlungsvideo machen, wenn mein Legsleeve noch nicht fertig ist? Oder ich den Rücken eigentlich noch überarbeitet haben will. Oder, 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 oder. Also ihr seht, ich bin mir unsicher. Ihr könnt mir mal gerne runter in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt auf ein Tattoosammlungsvideo jetzt schon. Oder ob ihr euch lieber noch ein bisschen geduldet und wartet, bis die Baustellen zumindest beendet sind. Neue Tattoo-Pläne. Dazu gibt es ein eigenes Video. Ich werde es euch umverlinke. Ich habe meine ganzen Tattoo-Pläne und Wünsche nämlich in einem Video extra für euch gesammelt. Das heißt, wenn ihr da Bock drauf habt, schaut vorbei. Bist du bald mal deine Arme tätowieren lassen? Das beantworte ich auch in dem Video. Was hältst du von Cuttings? Würdest du dir welche machen? Unbedingt. Ich hätte total Lust, zumindest auf ein Branding und ein Cutting einfach nur, um es mal ausprobiert zu haben. An sich, von dem Aussehen her, ist es nicht hundertprozentig. Meins muss ich zugeben, aber ich will es einfach unbedingt mal probiert haben. Das ist wie der Punkt, dass ich mir unfassbar gern mal was weglesern lassen würde. Einfach nur, um zu wissen, wie es sich anfühlt. Weil nur darüber zu reden und nicht wissen, wie es eigentlich ist, finde ich einfach blöd. Und demnach, ja, ich habe auf jeden Fall vor, mir das irgendwann mal machen zu lassen. Es wird wahrscheinlich dann im Ausland oder auf irgendwelchen Conventions passieren, weil ich glaube nicht, dass es in Wien überhaupt Künstler gibt, die das machen. Ich wüsste es zumindest nicht. Und demnach habe ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr Bock drauf. Gibt es Tattoos, die du dir selber gestochen hast? Ja, die gibt es. Ich habe auf meinem inneren Fuß, dort in der Nähe von der Ferse. Manche führen, manche folgen mir. Tätowiert selber mit der Tattoonadel, also so Stick'n'Poke-mäßig. Und ich habe, dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch oben, mir meine selbstgemachten Stick'n'Pokes covern lassen, die auf dem linken Bein waren, weil es einfach thematisch natürlich nicht gepasst hat und nicht gut ausgeschaut hat. Sie waren super chaotisch. Ich habe sie geliebt. Wären sie auf dem anderen Bein, hätte ich sie auch sicher noch, weil ich sie eigentlich sehr, sehr gern gehabt habe. Aber dadurch, dass sie gar nicht dazu gepasst haben, wurden sie halt einfach gekabert. Leute, tätowiert euch nicht selbst. Ich habe es gemacht und ich habe es zum Glück nicht bereut, aber ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Leute gibt, die es bereuen würden. Das heißt, tätowiert euch nicht selbst. Lasst das nur von Leuten machen, die Ahnung von dem Ganzen haben. Das ist auf jeden Fall die gescheitere Lösung und Idee. Wurdest du schon mal beleidigt bzw. deswegen komisch behandelt? Ich glaube nicht per se wegen den Tattoos. Also es gab auf jeden Fall Momente in meinem Leben, wo ich vor allem witzigerweise wegen meiner Jugend irgendwie und wegen meinem schrillen Aussehen in irgendeiner Weise vielleicht schlechter behandelt wurde in irgendwelchen teuren Geschäften oder so. Ist mir das schon passiert. Also ich wollte mir eine teure Brille kaufen und habe dafür halt gespart und ich arbeite ja seit ich 15 bin. Das heißt, ich habe ja Geld, auch wenn ich so ausschau, wie ich ausschau. Da wurde ich halt einfach komplett ignoriert und ich habe aber dann auch gesagt, gut, da gehe ich nicht hin, da gehe ich nicht einkaufen, das brauche ich nicht. Und bin dann gegangen und bin dann halt einfach in ein anderes Geschäft gegangen, die mein Geld gern genommen haben. Also insofern, das habe ich schon erlebt, aber ansonsten passiert mir das selten, denn die Leute, die mich irgendwie kennenlernen, merken schnell, dass ich zumindest ein bisschen was in der Birne habe und mich ausdrücken kann und trotzdem freundlich bin, also dass das einfach alles nichts mit meinem Aussehen zu tun hat. Und ich bin auch immer noch relativ dezent. Also es gibt so viel Schlimmere als mich. Also von dem her, schlimmer jetzt nicht negativ gesehen, aber so viel Extremere. Demnach ist mir das ein bisschen selten passiert und ich glaube aber auch, dass ich vieles gar nicht mitbekomme, weil ich wirklich durch die Welt gehe mit meinen Kopfhörern und nichts sehe oder höre, mehr oder weniger. Das rund um mich passiert und ich erlebe damit eigentlich auch ganz gut. Das heißt, vielleicht werde ich ab und an hinter Rucks irgendwie beleidigt, aber ich kriege es halt meistens gar nicht unbedingt mit, weil ich eben in meiner eigenen Welt bin. Hast du Tattoos mit weißer Farbe? Ja, ich habe meine Schneeflocken, die witzigerweise ziemlich verharbt sind. Vielleicht liegt es an der weißen Farbe. Es waren aber auch Stellen, die einfach super schwierig waren in der Verheilung. Ich persönlich weiß nicht, ob ich weiß empfehlen würde als einzelstehendes Tattoo. Ich finde zwar schon, dass es echt cool ausschaut, aber erstens glaube ich, dass es relativ schnell verblassen wird und dass man es auf Dauer gesehen und in Zukunft dann nur noch so gut sehen wird, weil der blaue Hintergrund da ist. Und es war auch relativ schmerzhaft. Also ich habe das Gefühl, es hat mehr weh getan und wie gesagt, die Verheilung war auch auf jeden Fall anstrengender. Blöde Stellen, das auch, aber auch die Stellen, die nicht blöd sind, sind einfach total vernarbt. Das wird sich wahrscheinlich auch geben auf Dauer gesehen, aber von dem her, ich weiß nicht, ob ich mich weiß tätowieren lassen würde, wenn es nicht zu einem ganzen Tattoo sozusagen gehört. Was hältst du von Tattoos mit Namen von Familie, Freunden? Ich bin prinzipiell keine, die sich Namen tätowieren lässt. Das ist aber so mein persönliches Ding. Ich habe aber das Geburtstag von meiner besten Freundin, von meiner Mama, von meiner Oma, von meinen Geschwistern. Ich habe mir Zitate tätowieren lassen in der Schrift von Freunden. Also ich habe ein Herzchen, das ich mir mit zwei Freundinnen tätowieren habe lassen. Also ich bin nicht gegen Freundschafts-Familien-Tattoos. Ich bin nicht mal gegen Partner-Tattoos, solange du dir sicher bist, mehr oder weniger. Solange es dezent ist. Ich würde mir jetzt nicht so groß meinen King irgendwo hin tätowieren lassen, was ich auch schon gesehen habe. Jeder, wie er will, aber ist halt überhaupt nicht meine Sache. Aber ich kann mir ein Datum, Koordinaten, ein Zeichen, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich bin vor allem auch der Typ, wenn das wirklich nicht mehr funktionieren sollte, freundschaftlich oder mit dem Partner, dann ist es trotzdem so, dass das für mich eine wichtige, prägsame Zeit in meinem Leben war. Und demnach sehe ich da kein Problem. Ich kann mir aber vorstellen, dass es für Leute, die das dann vielleicht verletzt, tagtäglich zu sehen, nicht so eine gute Idee ist. Also ihr müsst euch da selbst einfach gut genug kennen, um euch entscheiden zu können, mache ich das oder mache ich das nicht. Ich persönlich bin voll go for it. Mach, was du mit deinem Körper machen willst, solange du alt genug dafür bist. Was ist mit deinem Lippen-Tattoo passiert? Gar nichts ist nicht mehr passiert. Seht ihr das? Ich weiß es nicht. Man sieht es halt einfach super schlecht, weil es auf jeden Fall relativ hell ist. Es war aber bei mir ja von Anfang an relativ hell. Und vor allem spiegelt es halt jetzt auch gerade, weil wir vorm Fenster sitzen. Das Piercing ist schön durchgegangen, also das hat es auch nicht verletzt. Ich muss es nur jetzt irgendwann mal nachstechen lassen. Das werde ich sicher auch irgendwann mal tun, aber das hat mich halt jetzt bis jetzt noch nicht so... Ich habe es dann jetzt nicht unbedingt sofort gebraucht und demnach habe ich es auch nicht gemacht. Aber an sich gehört das auf jeden Fall auch nachgestochen. Aber es ist noch da, nach über zwei Jahren. Ich habe jetzt noch zwei Fragen, die so ein bisschen zusammengehören. Ab wann merkst du, dass es... Gesundheit. Ab wann merkst du, dass es für deinen Körper zu viel ist mit den Tattoos und Piercings? Und wie reagiert dein Körper auf so viele Sitzungen, egal ob Tattoos und Piercings? Das ist schwierig, weil ich meinen Körper mehr oder weniger dazu zwinge, einfach weiterzumachen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich in dem einen oder anderen Moment meinem Körper auf jeden Fall zu viel zugemutet habe, gerade mit den Tattoos. Ich glaube, dass mein Körper Piercings prinzipiell besser handeln kann als Tattoos. Wie habe ich es gemerkt? Ich war halt, oder ich bin halt jetzt im Moment weniger, weil ich im Moment nicht so viel tätowiert und piercen bin. Aber ich bin relativ viel krank gewesen, wobei das war ich davor auch schon immer wieder. Und das lag sicher auch an wenig Schlafen und Party machen etc. Also bei mir ist ja nicht nur das zusammengekommen, dass ich viel tätowieren war. Ich habe mich ja auch von meinem Freund getrennt damals und war einfach viel unterwegs und habe wenig geschlafen und war viel immer auf Achse. Das muss gar nicht unbedingt Party sein, aber ich war einfach sehr, sehr viel unterwegs und das hat dem Körper auf jeden Fall irgendwo sein, etwas abverlangt. Zu viel wurde es ihm glaube ich nie so richtig zu viel, weil ich schlussendlich trotzdem arbeiten gehen konnte und ich war halt dann mal verkühlt etc. Ich will aber auf jeden Fall sagen, dass ich das niemandem empfehlen würde, das in der Masse zu machen, wie ich das gemacht habe und vielleicht auch wieder machen werde. Schauen wir mal, ich rede jetzt gerade groß, aber ich kann nicht versprechen, dass ich im Sommer dann nicht wieder relativ regelmäßig gehe, damit ich halt einfach irgendwann mal fertig werde. Da geht es jetzt viel darum, dass ich halt irgendwann mal wirklich dieses Projekt beenden will und gleichzeitig aber auf meine Piercings nicht verzichten will. Also ich war im Durchschnitt für alle, die es nicht wissen, locker zweimal im Monat tätowieren und habe dann noch ein Piercing obendrauf bekommen oder vielleicht sogar zwei Piercings und das war halt dann zum Teil, ist es sicher zu viel für den Körper gewesen. Es hat sich auch ein bisschen insofern herauskristallisiert, dass ich irgendwann mal nicht mehr richtig Bock hatte, tätowieren zu gehen und auch während dem Tätowieren das gar nicht so gut ausgehalten habe. Also wenn der Körper einfach noch angeschlagen ist, vor allem, und deswegen glaube ich auch, dass ich auf Tattoos schlechter reagiere, als auf Piercings, vor allem dann, wenn ein Tattoo noch nicht ganz verheilt war. Es muss nicht mal sein, dass wir auf dem weiter tätowiert haben, sondern ein Tattoo auf einer anderen Stelle auf meinem Bein war noch nicht verheilt und es war trotzdem anstrengend für mich dann weiter zu tätowieren, zwei, drei Wochen später. Also insofern, lasst eure Tattoos ordentlich verheilen, macht es nicht so wie ich und stecht euch vielleicht nicht noch zusätzlich, ich treibe hier Sings, denn das ist nicht gesund für den Körper. Aber mein Körper hat es trotz allem, glaube ich, relativ gut ausgehalten, auch die Kathi meinte, es findet es faszinierend, dass es mir so gut gegangen ist, trotzdem, was ich meinem Körper angetan habe. Das war's mit eurer Tattoo-Fragen, schreibt mir gerne weitere in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, dass ich euch nochmal ein paar Fragen beantworte. Und es kamen super viele Fragen zu Themen, wo ich eigenständige Videos drehen will, nämlich unter anderem, wie es eben vor dem ersten Tattoo ausschaut, auf was ich achten muss, welche Creme ich verwende etc. Aber da kommen dann einfach eigenständige Videos, weil diese Themen einfach so groß sind, dass ich da jetzt die nicht noch reinquetschen wollte. Das war's mit diesem Video, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!